Hallo Leute, ich bin leider ein sehr schlechter Reaction-Youtuber, ich kann das einfach nicht, weil ich habe künstlerische Ansprüche. Ich möchte aber trotzdem gerne Geld verdienen mit fremdem Content und deswegen lade ich jetzt einfach hier bei mir Ausschnitte aus Knossi Stream hoch. Immerhin bin ich selbst zu sehen, also guckt euch das mal an und viel Spaß. Was ist jetzt los? Alles im R? Hast du was zu saufen? Mach mal. Wunderbar. Wo ist der Applaus im Chat? Gehört der zu dir? Er hat mich so gebegrüßt heute. Meinst du, er hat Probleme? Wir lassen den rosa Mann nochmal was sagen. Ich hole dir jetzt hier so ein schönes Manga. Nein, nein. Nochmal, warst du so geil? Ich kann ja auch so versuchen, wenn dir das besser gefällt. Mach jetzt dein Move. Ja, das war es auch schon wieder, weil das Video ist jetzt vorbei. Ich habe außerdem morgen Geburtstag, also schaut mal bei Patreon rum. Ich verhungere sonst. Und verzagt nicht, wenn hier ab und zu kein Video kommt. Ich bespiele mehrere Kanäle. Guckt mal auch auf Nostarafo TV. Vielleicht kennt ihr das gar nicht. Aber hier kommt auch wieder Stoff. Es kommt immer Stoff. Es kommt ganz viel Stoff hin. Bis zum nächsten Mal.